Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der Literarische Salon. Karin Müller und Christian Rabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest. Hallihallo, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu Episode 113 und herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht. Hier am Mikrofon ist Karin in Frankfurt und am anderen Ende der Leitung hoffe ich, dass ihr die liebliche Stimme. Karin in Berlin, der Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken, weil der Bauch immer noch so voll ist von allem, was es an guten Gaben über das Jahresende so gegeben hat. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ähnlich. Also ich stehe auch gerade. Ich sitze nicht, weil, ja, also ich stehe an meinem Stehpult und um auch diesen, weißt du, so diesen Knick im Bauch zu verhindern, dass ich einfach irgendwie die Schwerkraft versuche, das irgendwie, ich war, naja, lass uns auf diese Details verzichten. Aber, ja, also so diese Völlerei zu Weihnachten ist schon ein bisschen Hardcore. Ja, also vor allen Dingen, wenn ich mir mal überlege, wie wir es dieses Jahr so gemacht haben. Also, ihr Lieben, wir werden jetzt nicht groß drum rum reden. Wir befinden uns theoretisch, also wir zumindest befinden uns bei der Aufnahme noch im alten Jahr. Dementsprechend ist Weihnachten gerade erst vorbei und da kann der Bauch noch voll sein, da darf er noch voll sein. Und es ist tatsächlich so, wir haben diesmal Weihnachten so ein bisschen gestreckt irgendwie über sämtliche Feiertage, sodass die Völlerei definitiv nun gar nicht aufgehört hat. Aber es hat doch so ein bisschen Spaß gemacht. Ja, also bei uns war es nicht ganz so krass. Also bei uns war Heiligabend wirklich schlimm. Also da haben wir, das war wirklich, sagen wir es so, es war wahnsinnig lecker. Wirklich sehr, sehr lecker und sehr, sehr viel. Und das führte dazu, dass wir am ersten Feiertag entgegen aller Pläne nur einen Salat gegessen haben, weil mir ging einfach nicht. Es war wirklich, es ging einfach nicht mehr. Es war, wir hatten Salat am ersten Feiertag, dann am zweiten nicht mehr. Auch nicht schlecht. Also wir haben dafür dieses Mal zu Heiligabend relativ frugal gespießen sozusagen, weil auch keiner da war. Also sonst hatten wir eigentlich immer irgendwie so ein bisschen Besuch. Auch diesmal aus Gründen fiel das letztendlich irgendwie so ein bisschen aus. Und wir hatten uns da dann etwas überlegt, was jetzt nicht so so nach viel aussah, war es letztendlich auch nicht. Es hat allerdings so ein klein bisschen was hinten dran gezogen. Es war nämlich ein Rezept mit Rotkohl. Und da hatte ich mir dann jetzt wieder so gesagt, okay, wenn das jetzt hier so ein Rezept ist mit irgendwie so Krautwickeln, mehr oder weniger, wie auch immer du es nennen willst, so Täschchen, wo dann Rotkohl drin ist. Und da habe ich mir gesagt, da reiße ich jetzt aber nicht irgendwie so eine Plastikverpackung auf und hau da diesen vorher fertigten Rotkohl rein. Ich mache das mal selber. Und dachte noch so immer, oh Gott, hast du dich da jetzt womöglich, weiß ich nicht, selber überlistet. Weil gefühlt war in meinem Kopf immer, Rotkohl ist fürchterlich aufwendig selber zu machen und das wird doch eh nicht so richtig toll und so. Und was soll ich dir sagen? Das war total einfach. Und das hat sowas von gut geschmeckt. Wir haben ungefähr fünf Kilo Rotkohl gemacht, so gefühlt. Und wir essen immer noch dran und es macht immer noch Spaß, ja. Also das Ding ist, also was die meiste Arbeit macht, ist das Ding halt, die Dinger zu zerkleinern. Und der Witz ist, das war nämlich gar nicht der Fall. Ich habe mich mit professionellem Werkzeug sozusagen ausgestattet. Und zwar so einem Krauthobel, allerdings einem, der von mir betrieben wird. Also nicht irgendwie, und das ist auch total einfach, das ist ja so ein Brett mit eben, naja, mit Klingen dran. Und dann hast du so einen komischen Schlitten, in den du so einen halben Kohlkopf da reinpackst. Und ratzfatz, ehe ich mich versah, war dieses Ding weg, inklusive meiner Finger fast, weil ich eben nicht so richtig aufgepasst habe, wie schnell das geht. Und da dachte ich mir, na, das kannst du ja zukünftig auch selber machen. Die Schwierigkeit besteht eher da drin, dieses, ja, ungefähr 60 Zentimeter lange Brett irgendwo in unserer doch mit Stauraum nicht allzu reich ausgestatteter Wohnung jetzt aufzuheben. Also du hast Profi-Equipment, ich merke das schon. Na ja, also ich meine, es war letztendlich auch bloß bestellt bei einem, ja, mehr oder weniger lokalen deutschen Unternehmen, weil ich nichts mit Plastik irgendwie haben wollte, wenn da irgendwie ich so rüberreibe. Nicht, dass ich hinterher mehr Mikroplastik als Rotkohl im Magen habe. Und das ist wirklich, ja, super. Ich freue mich schon drauf, das nächste Mal irgendwie Rotkohl oder Sauerkohl oder was auch immer zu machen. Vielleicht komme ich auch noch auf die Idee, auch nochmal Sauerkraut zu machen. Naja, egal, soweit, soweit so gut. Aber an der Essensfront war es dadurch sehr angenehm. Es klingelt im Übrigen im Hintergrund. Ja, ich höre es. Es klingelt auch, klingelt wie mein Telefon. Ich bin ganz irritiert. Es ist nicht mein Handy, sondern es ist das eine Etage tiefer befindliche Festnetztelefon, das vermutlich jetzt gerade wieder von irgendeinem angolanischen Prinzen oder so angerufen wird. Weil in letzter Zeit haben wir eine Menge Telefon-Terror von irgendwelchen Nummern aus irgendwo. Und das Blöde ist, wir können die an diesem Telefon nicht abschalten irgendwie. Ich kann zwar sagen, ja, will ich nicht, aber es klingelt trotzdem. Toll. Ja, das ist echt, das ist irgendwie doof. Da kann man irgendwie so auf diesen Festnetztelefon kann man die Leute nicht so wirklich blocken oder sowas. Also das muss man dann wahrscheinlich irgendwie bei dem Telefonanbieter machen und wahrscheinlich kostet das dann wieder Geld, keine Ahnung. Ja, und außerdem rufen die ja ständig mit unterschiedlichen Nummern an. Also das ist ja, das hilft ja dann auch nichts. Naja, hast du denn, also zwei Fragen. A, schöne Weihnachtsgeschenke bekommen. B, schöne Vorsätze für das neue Jahr. Also A, Thema Weihnachtsgeschenke fällt für mich grundsätzlich eher aus. Also weil wir beide haben uns tatsächlich schon seit Jahren, sagen wir, wir schenken nur den Kindern was. Ja, wir haben auch von den Kindern was bekommen. Das war auch durchaus schön, aber es ist im Prinzip auch schon weg, weil es war nämlich Wein. Und den haben wir uns gleich eingetütet. Ja. Also insofern, ja, hat wunderbar funktioniert, war sehr schmackhaft und ist auch schon mehr oder weniger wieder weg. Also ja, das war weihnachtsmäßig echt toll dieses Jahr. Wir haben irgendwie das mit dem Kochen relativ gut auf mehrere Tage verteilen können. Und das hat dann quasi über die Tage auch mit der einen oder anderen Sache eben so gereicht, dass das also total entspannt war, mehr oder weniger die Sachen dann da noch so zu machen, sodass also man nicht völlig abgehetzt dann irgendwie was gegessen hat. Und das war schneller gegessen, als man es gemacht hatte sozusagen, war total schön. Und ja, also zweiter Feiertag waren dann meine Kinder da und wir, also wir haben irgendwie sind auch vom Hötchen auf Stöckchen gekommen mit Dingen und Sachen, haben dann da uns über alle möglichen Sachen unterhalten. Und das war so schön. Ja, das darf gerne eine Tradition werden sozusagen. Schön. Ja, super. Ja, bei euch? Ja, wir hatten es auch total gemütlich. Also das war wirklich sehr unspektakulär und sehr gemütlich und auch geschenkemäßig machen wir es ganz ähnlich. Also wir haben uns dann auch, also lauter so Kleinigkeiten, also praktische Sachen dann irgendwie geschenkt. Also so mal eine schöne neue Mütze oder sowas. Also sowas man halt wirklich irgendwie brauchen kann, weil wir haben ja alles. Also ich meine, ihr habt wahrscheinlich auch alles und man braucht ja eigentlich auch nichts Neues. Aber dann eben so Kleinigkeiten, die dann nützlich sind und die man brauchen kann, sowas haben wir gemacht. Und ansonsten habe ich aber von einer Freundin einen Kalender bekommen. Und das ist wirklich, also wirklich nur so einen kleinen Tischkalender, so im Postkartenformat. Und das war wirklich, das war so mein Lachhighlight der letzten Tage. Dann er heißt, also es ist ein sehr demotivierender Tischkalender. Na sowas. Ja und einfach auf der Titelseite steht, träume nicht dein Leben, sondern halt einfach dein Maul. Ja, weil es wahr ist. Weil es wahr ist. Und dann geht es weiter, das muss ich vorlesen, weil es wirklich so großartig ist. Gute Nachrichten. Happiness ist heilbar. Millionen Menschen leiden unter chronischem Optimismus. Endorphine sprudeln geradezu unkontrolliert aus ihnen heraus. Das unerträgliche Wogen der Zuversicht plagen nicht nur die Betroffenen selbst, sondern immer öfter auch deren Umfeld. Ein schambehaftetes Thema, das viel zu oft vernachlässigt wird. Doch der demotivierende Tischkalender schafft Abhilfe. Diese zwölf im Labor getesteten und für überaus demotivierend befundenen Sprüche nehmen auch dem sonnigsten Gemüt den letzten Wind aus den Segeln. Fortan ist Schluss mit dem Dogma der guten Laune, denn das Leben ist kein Wandtattoo. Und dann kann ich nur sagen, brace for impact. Das ist wirklich, ich habe, also ich lag wirklich mit Tränen in den Augen am Boden, weil ich so lachen musste. Also alleine schon das Januar-Motto ist gut. Aufgeben ist eine Option. Ja, kann man machen. Muss man machen, oder? Kann man machen. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt in diesem Podcast eine Rubrik einführen, Karins Tischkalender. Und du packst immer zum passenden Monat, also zur ersten Folge im jeweils neuen Monat, das neue Ding ins raus. Ach, das ist ja eine hübsche Idee. Das heißt, dann müssten wir eigentlich… Da müsste ich noch ein Ding dazu basteln. Moment, ich muss mir das mal aufschreiben. Ja, oder anders formuliert, wir könnten auch mal, wir sollten eigentlich mal unsere eigenen Podcast-Folgen anhören. Denn natürlich im Intro zu unserer Weihnachtsfolge habe ich ja wieder in epischer Breite über das tolle Wellum-Programm gesprochen und habe aber den Verdacht geäußert, dass ich es schon in der Folge davor erwähnt hatte. Dann hast du mir aber versichert, nein, das hast du mir nur unter vier Augen erzählt. Natürlich hatte ich es schon in der Folge davor, wie mir mehrere unserer geschätzten Zuhörer dann so ein bisschen naserümpfend unter die Nase gerieben haben. Ihr Lieben, es tut mir wahnsinnig leid. Ich würde ja gerne versprechen, dass das 2024 alles besser wird, aber ja. Das wäre natürlich so ein Vorsatz, den… Achso, und bei der Gelegenheit antworte ich dann vielleicht auch noch auf deine zweite Frage. Du hast ja gefragt, ob ich irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr habe. Also, ich habe einen Vorsatz schon umgesetzt. Ich lasse in diesem Jahr einfach mal hängen, und zwar das Mikrofon. Weil ich jetzt bei mehreren, ja, weiß ich nicht, Filmen oder irgendwelchen anderen Sachen gesehen habe, dass die ihre Mikrofone quasi umgedreht an ihrem komischen Baum, den sie da so aufgebaut haben, haben, damit sie unten auf dem Tisch letztendlich die Hände frei haben und da nicht dieses Mikrofon ist. Und deswegen habe ich exakt dieses jetzt gemacht. Das hängt mir jetzt also so voll vor der Nase. Für den Fall, dass es sich jetzt alles irgendwie blöd anhört, dann müsst ihr mir das einfach bloß mal sagen. Dann drehe ich es notgedrungen halt wieder um. Aber ansonsten finde ich es nicht schlecht, weil ich hatte nämlich sonst immer so dieses Gefühl, ja, wo packe ich denn meine Hände nur hin? Und insofern hat dieser Neujahrsvorsatz erst mal schon mal sogar im alten Jahr schon Erfolg gehabt, sozusagen. Ja, das ist schon sehr erfreulich. Du hast dich lieblich an, wie immer in meinen Ohren. Also ich denke auch, das wird auch draußen gut zu hören sein. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass ich dir fremdgegangen bin? Ja, 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 natürlich. Ich habe sie, ich habe doch sogar kommentiert. Ja, gut, das ja. Na, wenn ich mal kommentiere, dann habe ich es auch gehört. Ja, ich wollte, aber weißt du, ich wollte jetzt doch mal jetzt für unsere Hörerschaft, wollte ich da jetzt mal, also weißt du, jetzt hättest du das, Mann, Christian. Ja, siehste, das hättest du vorher mit mir klären müssen. Ja, gut, Entschuldigung. Ja, ihr Lieben, du warst mal bei der Talkstelle zu Gast und zwar live. Ja, naja, also so live halt, so wie wir halt auch live sind, ja, also so quasi live. Nein, das war, war ich mal wieder bei Tamara und Vera eingeladen und nicht nur ich, sondern auch noch zwei andere Kolleginnen, die Annette Strohmeyer und Sissi Steuerwald und wir haben über das vergangene Jahr geplaudert, über das just vergangene. Und das war. Da müssen wir es ja nicht mehr tun. Nein, das müssen wir nicht mehr tun. Also, falls ihr wissen wollt, wie das letzte Jahr gelaufen ist, also jetzt gerade konkret für mich und noch für die anderen Damen in dem Podcast, der Christian kam ja leider nicht zu Wort, weil er war nämlich nicht eingeladen. Nö. Fies. Ja, aus Prinzip schon. Deswegen habe ich auch geschrieben, dann seid ihr wenigstens zu Wort gekommen. Ja, naja, und also wenn ihr das, ich werde die Episode auch in unseren Shownotes verlinken, dann könnt ihr da gerne mal reinhören, das ist überhaupt ein ganz toller Podcast. Also, ich habe es schon ein bis 500 Mal erwähnt, kann man aber immer gut reinhören, was die Kolleginnen da so treiben. Absolut, ja, ja. Also, es ist für, also auf jeden Fall für Schreibende ist es immer wieder was Interessantes dabei und sicherlich ist es auch mal interessant für Leute, die selbst noch nicht, noch nicht oder überhaupt nicht mit dem Schreiben zu tun haben. Einfach mal, ja, das ist auch so ein bisschen was so behind the scenes irgendwie, was da so Leute umtreibt. Ich meine, hin und wieder lassen wir ja auch mal oder ein bisschen mehr mal gucken, was uns so umtreibt. Aber wir sind ja bloß zwei und da gibt es immer wieder völlig andere Leute und durchaus sehr illustre Gäste, die wir ja hier eher nicht am Start haben. Also Entschuldigung, jetzt hier kein Gäste-Bashing machen. Wir haben auch sehr illustre Gäste, auch wenn sie in unserer Weihnachtsepisode zum Teil sehr eigenartige Sachen gemacht haben. Ich hoffe, ihr habt das alles verkraftet. Ich habe es mir nochmal angehört. Ja, ich mir auch. Es ist also, ehrlich gesagt habe ich bei der Zombie-Episode habe ich vorgespult. Wollte ich nicht nochmal hören. Ja, ja, ja. Und weißt du was, ich habe vergessen, es in der Aufnahme zu sagen, da könnte uns die liebe Fanny nochmal vielleicht aushelfen, indem sie darauf antwortet auf meine Vermutung. Ich vermute nämlich, dass diese Szene tatsächlich eigentlich ein Traum ist, in den die Protagonistin abgedriftet ist und ja, weil sie aus welchem Grund auch immer, weiß ich nicht, irgendwie doch schon Vorsuppenkoma oder sowas hatte, denn das passt irgendwie nicht. Du meinst, das war nicht real. Dass genau in dem Moment, wo die Welt in nichts als Schmerz explodiert, sie, weiß ich nicht, weil sie eingepennt ist, irgendwie vom Stuhlgerutsch ist und mit dem Kopf auf die Tischplatte geknallt ist oder so. Also was auch immer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein mieser Cliffhanger war. Ja gut, also ehrlich gesagt will ich es gar nicht so genau wissen. Aber bitte, wenn du es gerne wissen möchtest und Fanny, wenn du darauf antworten möchtest, dann ja, bitte, bitte jederzeit. Wir werden da eine Richtigstellung oder Klarstellung oder Einordnung in der nächsten Folge dann gerne machen. Aber jetzt nochmal hier zu meinem demotivierenden Kalender. Das ist ja eigentlich sehr hübsch. Also sollen wir dann auch irgendwie dann die, immer die erste Folge im Monat, sollen wir da auch dann diesen Titel geben? Ach, das wäre doch was. Das ist doch geil. Wenn da hier steht, Episode 113, Aufgeben ist eine Option. Da glauben alle Leute, dass wir aufhören mit dem Podcast. Ja, das ist doch was. Das wäre ja stimmt. Zur ersten Folge im neuen Jahr, Aufgeben ist eine Option. Das ist doch geil. Aufgeben ist eine Option. Ja, mir gefällt das auch. Aber wir werden natürlich nicht aufgeben, denn ich habe nämlich, weil ich ja so gerne plane, habe ich jetzt schon den Redaktionsplan für 2024 auch für unseren Podcast heute zusammengebastelt. Nicht, dass da schon irgendwie viele Themen drinstehen würden, aber ich habe also genau alle Veröffentlichungstermine aufgeschrieben. Es wird also, wenn wir das wirklich durchhalten, alle 14 Tage, dann werden wir am 31.12.2024 mit Episode 139 das Jahr beenden. Aha, nicht schlecht. Just saying. Ja, also ich finde schon, da kann man sich was drauf einbilden, oder? Ja, und ich, also ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht vor aufzuhören. Dö, warum? Eben. Also ich, mir würde wirklich was fehlen. Ja, total, total. Das Februarmotto ist auch so schön. Nein, 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 noch nicht. Ich mache den Kalender jetzt weg, weil, ja. Genau, sonst bist du die ganze Zeit nur am Blättern und am Grinsen. Und am Kichern. Ja, genau, richtig. Dann schaffen wir das mit unserem Vorsatz, den wir uns ja für den Podcast jetzt zumindest für diese Folge gesetzt haben. Diesmal wirklich unter einer Stunde zu bleiben, dann doch wieder nicht. Ja, ich habe übrigens nachgeguckt. Ich glaube, wir waren im letzten Jahr in zwei Folgen unter einer Stunde. Zweimal haben wir es geschafft. Das ist gar nicht so schlecht. Von ungefähr 25 Folgen zweimal unter 60 Minuten zu bleiben. Aber wir können ja jetzt mal so dynamisch flott in das neue Jahr starten, in so einer Zeitraffer-Folge. Ja, wir haben jetzt, wir plaudern gerade jetzt seit 20 Minuten ungefähr und theoretisch könnten wir jetzt schon so einen Cut machen. Das war blöd, oder? Nein, wir haben ja eigentlich noch gar nicht wirklich was gesagt, oder? Wir haben auch gar nicht was gesagt. Nee, 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 nee. Hast du denn, weil wir ja nun uns noch vor Silvester befinden, irgendwelche Pläne für eben dieses? Nö, wir haben ja einen Hund wie du und alle anderen wissen. Und der ist zwar jetzt also nicht so neurotisch wie der Vorgängerhund, also der, letztes Jahr hat er keine Angst gehabt bei dieser infernalischen, kriegsartigen Böllerei. Ich hoffe, das wird dieses Jahr ähnlich sein, aber ich meine trotzdem, da kann man ja nichts machen. Also wir sind zu Hause mit ihm und machen es entspannt und fertig. Okay, ja sicher, wir werden diesmal, wir hatten zwar erst was geplant, das fällt aber aus Gründen jetzt dann doch flach. Und dann haben wir ja jetzt gesagt, wir werden uns jetzt nicht krumm legen, uns unbedingt irgendetwas noch zu besorgen oder so. Also werden wir es auch jetzt ganz in Ruhe angehen lassen. Und wer weiß, vielleicht spielen wir mal wieder Monopoly zu zweit. Ja, sehr schön. Oh, was, apropos spielen. Wir haben an Weihnachten, wir hatten eine liebe Freundin zu Besuch. Und nach diesem wirklich wahnsinnig tollen und sehr, sehr üppigen Essen haben wir dann gesagt, so, jetzt spielen wir noch ein Exit-Spiel. Ach so. Nein, so ein Escape Room, so ein Exit-Spiel. Meine Güte, also ich würde jetzt mal sagen, dass wir drei zumindestens mal so durchschnittlich intelligente Menschen sind. Also, und das Spiel hatte irgendwie, hieß es ja zwischen, Spieldauer zwischen 45 und 90 Minuten. Was soll ich sagen, nach ungefähr 80 Minuten haben wir wirklich vollkommen entnervt aufgegeben und hatten gerade mal irgendwie so die drei ersten Aufgaben halb gelöst. Ja, also das war wirklich, da habe ich mir echt gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Also, das war nicht schön, wenn man sich dann so doof fühlt. Absolut. Aber wir haben dann beschlossen, dass es nicht an uns lag, sondern am Spiel. Ja, natürlich. Du, wir haben, ich habe auch irgendwann mal so ein Exit-Spiel geschenkt bekommen und das ist noch umso fieser, weil dieses Ding tatsächlich, also die Zeit auch ebenfalls runter zählt. Und dann anfängt aus so einem komischen Lautsprecher eben so, so ähnlich wie bei, na, hier bei, 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 wer wird Millionär? So, du schaffst es nicht, du schaffst, also, ja, fängt dann an, immer schneller irgendwelche Sachen noch irgendwie abzuspielen und das, oh, das nervt ja massiv. Ja, also das war da nicht so. Ich habe auch schon ein paar von diesen Spielen gespielt und, also, manchmal sind die schon echt ganz schön tricky, aber irgendwie kommt man ja dann doch immer drauf. Aber da, dann, dann, dann gab es dann auch so, so, so Hilfekarten und, ähm, das war dann irgendwie auch alles so. Also, da stand dann, ja, also dann müsst ihr dann diese Karten in der Hälfte, äh, abknicken und außerdem den weißen Rand abschneiden und dann so hin. Wie kommt man denn auf so eine Idee ohne so einen Hinweis, ja? Also, äh, doch, das ist, äh, ja. Ja, das ist dann also sehr um die Ecke gedacht. Das ist also so um die Ecke gedacht, dass man, ja, voll. Ich habe jetzt übrigens parallel, habe ich mir gerade den Spaß erlaubt und habe mal die KI gefragt, was ihr zum Thema, also, weil ich so ein Titelbild für unsere, für unsere, für unser Episoden-Cover jetzt machen wollte und dann habe ich gesagt, mach mal irgendwie was, äh, mit, ähm, Giving up is an Option und sowas. Das ist, das ist ja kacke. Also, ich meine, das sind alles so eigentlich sehr optimistische Bilder, ja, so eine Hand, die dann irgendwie einen, einen Keimling aus einer Quelle raushebt und sowas, also, das ist doch irgendwie, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Ja, wahrscheinlich. Und eins ist so ein bisschen apokalyptisch, das, aber das gefällt mir auch nicht. Jo. Ja. Da werden wir wahrscheinlich noch ein kleines bisschen basteln. Ja, unbedingt, unbedingt. Also, die, die, die KI ist ja eben auch nicht mehr das, was sie mal war, ne? Ja, also, ich finde, die lässt echt nach hier da, diese, dieses mit Journey, das ist schon ein bisschen enttäuschend manchmal, also, wobei ja unser, unser Crazy Center, der schon ziemlich cool war. Der war, der war schon sehr crazy, allerdings. Der war schon sehr crazy. Ja, stimmt, siehst du, ich muss vielleicht demnächst mal wieder anfangen, mein neues Kontingent umzusetzen in irgendwelche Dinge und Sachen, denn, was soll ich sagen, also, das hat auch ein bisschen was mit Neujahrsvorsatz zu tun. Ich habe jetzt zwischen den Feiertagen den zweiten Teil endlich hochgeladen in die Shops und er ist schon für, zur Vorbestellung eigentlich fast, also, in den wichtigsten schon vorhanden. Das ist doch cool. Ja, sehr gut. Siehste, sehr schön. Also, dann haben wir ja in der nächsten Folge auch schon wieder was zu reden. Wobei, da haben wir dann ja auch wieder zu plotten. Da habe ich mir ja, habe ich mir vorgenommen, dass ich dann für Episode 114 wieder Material geliefert haben werde. Ja, siehste. Das ist ja ein Vorsatz, den wir ja auch schon haben. Definitiv. Und der muss auch kommen. Ja, 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 ja. Genau, wir legen uns fest, der Krimi wird 2024 erscheinen. Ja, Punkt. Punkt. Im Zweifelsfall fehlt das letzte Kapitel. Nein, es wird ein vollständiges Buch mit Anfang, Mitte und Ende sein und Cover und Lektorat und überhaupt allem, was dazugehört. Es wird ein anständiges, hochwertiges Produkt sein. Und mit hochwertiger Innenausstattung und vielleicht komme ich sogar auf die Idee, ein paar Kapitelbilder zu basteln. Und ja, genau. So, 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 so werden wir das machen. So was in der Richtung machen wir. Ja, naja, ich habe auch ansonsten, habe ich tatsächlich auch Pläne gemacht, was jetzt so beruflich, also ich meine, eigentlich ist es ja, was kann man schon planen? Man kann natürlich eine Menge planen, aber im Zweifel, wenn das Schicksal oder das Leben dann andere Pläne hat, dann sind die ja auch wieder null und nichtig. Aber, da ich ja 2023 recht erfolgreich mit dieser Strategie war, schon konkret auf Buchveröffentlichungstermine hinzuarbeiten, also die schon frühzeitig festzulegen. Und das hat dann ja auch so, weißt du, so alle anderen Strategien total erleichtert. Weil ich wusste, an dem Tag X erscheint dann Band Y und dann habe ich dann auch so mit Social Media und Werbung und so weiter alles schon dann immer so entsprechend dann einplanen können. Das hat es dann unterm Strich irgendwie entspannter gemacht als immer dieses, oh, wann veröffentliche ich es jetzt? Und dieses und jenes und so weiter. Und das habe ich mir jetzt für 2024 wieder genauso vorgenommen. Und ja, deswegen. Im Prinzip, ja, planen macht für sowas schon durchaus Sinn. Aber naja, vielleicht erinnerst du dich, meine Clifton Strength auf Platz 34 ist Disziplin. Was soll ich sagen? Ja, also bei mir ist ja meine Topstärke ist ja tatsächlich Strategie. Also ich bin im Planen offensichtlich ja sehr gut. In der Umsetzung nur so mittel, aber damit kann ich mich ja wieder überlisten, indem ich dann eben diese konkreten Termine nicht nur mir in den Kalender schreibe, obwohl das auch schon hilft, sondern dann auch eben Veröffentlichungstermine festlege. Oder im Falle von dem einen Buch ist ja der Veröffentlichungstermin ja vom Verlag festgelegt. Und ja, also wenn sowas dann fest im Kalender steht und fest irgendwie in meinem Bewusstsein verankert ist, dann mache ich es auch. Ja, klar. Ja, das ist eben, also bei mir geht es auch immer so, wenn ich so einen Wagen-Termin, so das müsste dann gemacht werden, irgendwo habe, selbst wenn ich mir den irgendwo aufgeschrieben habe, dann ist das ja so schön, den immer weiter irgendwie, ach nee, mach mal morgen, nee, mach mal nächste Woche, mach mal. Und dann wird es nie irgendwie was, aber ich merke eben auch, dass ich ja bei der Trilogie diesmal tatsächlich eben bestimmte feste Termine mir auch ausgedacht habe. Das hilft mir dann auch bestimmte Sachen, ja, ein bisschen, ein bisschen ernsthafter nicht. Also ich mache das ja alles schon, als wenn es ernst wäre oder es ist mir ernst, aber es ist schon, ja, noch ein bisschen ernster als ernst. Also so total ernst. Ja, also wir ernst quasi, oder? Wir ernst, ja. Hast du denn womöglich in letzter Zeit mal irgendwas gelesen? Ja. Weil wir haben so lange kein Current Read Update mehr gemacht. Soll ich mal hier auf einen Knopf drücken? Wenn du magst. Dann mache ich das. Das Current Read Update Einblicke in Leseerlebnisse von Schreibenden Na dann hau mal raus. Ja, ich habe eine schlaflose Nacht hinter mir, weil, ja, tatsächlich, also weil ich mir gerade wieder über eben Dinge, die noch nicht so ganz in meinem Kalender standen, wieder unnötig Gedanken gemacht habe. Und weil ich das verhindern wollte oder vielmehr eindämmen wollte, habe ich ein Buch gelesen, das ich gestern Abend angefangen habe. Anstatt weiter richtig konkret was reinzuschreiben in deinen Kalender, hast du lieber ein Buch gelesen? Ja, ich wollte ja nicht aufstehen. Achso. Und zwar in dem neuen Buch von Lili Labort, das heißt Zauber und Stab und ist so ein Spin-off von ihrem, zum Café bei Mr. Dolten Universum. Also das sind wieder die asperischen Magie sind so, tauchen so auf und es geht im Grunde um, naja, also Akademie ist zu viel gesagt, aber um die Ausbildung von jungen Zauberstabmacher. Also talentierte, zauberkräftige junge Menschen, die auserwählt werden, sich der Zauberstabherstellung zu widmen zukünftig und, ja. Und das war, das war cool. Also habe ich mit großer Freude und großem Vergnügen gelesen. Lies sich auch flott weg, also selbst wenn man jetzt keine Vorkenntnisse hat aus den anderen Reihen, weil das wie gesagt der Auftakt zu einer, der The Wantmaker Society, Band 1 ist es und wie gesagt heißt Zauber und Stab. Und das kann man, kann man sehr, sehr, sehr gut mal weglesen. Ist natürlich wieder unfassbar spannend gewesen. An manchen Stellen auch ein bisschen, naja, gruselig ist was nicht, aber schon ein bisschen fies. Aber keine Zombies. Nein, 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 Gott sei Dank. Also ich bin ja jetzt sowieso nicht so der Fantasy-Fan und sowas. Fast die einzige Fantasy, die ich lese, ist ja die von Lilly, aber Zombies hat sie glücklicherweise nicht dabei. Ja, also zombiefreie Zone. Aber natürlich auch schwarz, wirklich tiefschwarze Magie, die auch sehr düstere Zauber wirken können. Also das ist nicht so für ganz schwache Nerven. Das muss man sagen. Also ein kleines bisschen düsterer als Mr. Dalton noch. Nein, nein, nee, Dalton ist ja auch sehr düster, muss man jetzt schon mal sagen. Ja, gut, okay, ich verstehe, was du meinst. Aber ich kenne da schon auch ein bisschen was düstereres. Ja, aber ich bin doch so ein Blumenkind, das dann nicht so gerne so düster hat. Ja, aber sie hat mir eine große Freude gemacht, weil das Ende dieser Geschichte, erstens mal endet sie ausnahmsweise mal nicht mit einem Brachial-Cliffhänger, wie sie es sonst gerne tut, sondern mit einem Ende, das man akzeptieren kann. Also es ist klar, dass die Geschichte weitergeht. Aber so jetzt dieser erste Teil, der ist schön auserzählt und es hat ein durchaus versöhnliches Schlusskapitel. Also da ist man dann, dann tupft man sich den Schweiß von der Stirn und ja, hat dann der Wecker geklingelt und dann konnte ich auch nie mehr nochmal einen Schlafversuch starten. Nein, aber wirklich sehr, sehr schön. Kann man sehr gut weglesen. Okay, ja, siehste, ich habe tatsächlich auch zwar nicht gelesen, sondern gehört, habe mich mal wieder überreden lassen, in so ein extrem verbilligtes Drei-Monats-Abo bei einem gewissen Dienst einzusteigen, den ich ja schon häufiger mal benutzt habe. Und ich habe mich deswegen überreden lassen, weil mir vorher mehr oder weniger aufgefallen war oder ich es gesehen hatte, dass es tatsächlich Neuigkeiten aus Allergäsia gibt, was dir jetzt vermutlich eher nichts sagen wird. Aber das ist die Welt, in der Eragon gespielt hat mit seinen vier Teilen, die ich ja damals also wirklich auch gesuchtet habe oder gerne gesuchtet hätte. Aber nachdem es ja erst die Inheritance Trilogy war und am Ende des dritten Buches eigentlich klar war, da fehlt noch was und es dann zusätzlich auch noch ewig lange gedauert hat, bis der vierte Teil rauskam, Ja, bin ich zwar, sagen wir mal, mit dem vierten Teil letztendlich irgendwie fein gewesen, weil es schon, er hat das gut zu einem Schluss gebracht, aber natürlich ist an der Welt noch relativ viel übrig gewesen Und es hatte auch schon so ein bisschen was von Wehmut, dass man letztendlich diese Welt dann auch so hinter sich lässt. Das kennst du ja vielleicht auch irgendwie, wenn du so bestimmte Serien irgendwie mal hast und sagst, So, und das soll es jetzt gewesen sein? Das ist jetzt aber irgendwie blöd. Und deswegen war ich sehr froh, dass es wieder irgendwas gibt. Und zwar nicht bloß so Kurzgeschichten, was der Paolini zwischendurch dann auch nochmal rausgehauen hat, sondern tatsächlich eben einen veritablen Roman, der auch wieder so gute 20 Stunden Hörgenuss beinhaltet hat. Und da geht es nämlich um den Halbbruder von Aragorn, der im Prinzip in, ja, in diesen ersten, naja, nicht ganz vier Teilen, ich glaube, er hat ihn erst im zweiten Teil oder sowas getroffen, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall ist der eigentlich einer, der dazu gezwungen wurde, einer der Bösen zu sein, sozusagen. Und damit wird jetzt auch in diesem, nennen wir es mal, fünften Teil aus Alargesia weitergespielt. Und das fand ich insofern ganz gut, weil Aragorn ist eben so, 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 naja, dieser typische positive Held, während eben Murtag, was also dieser, ja, zum Teil eben auch Antagonist, für diese ersten Teile war, der, also es wird weiter mit diesem Außenseiter-Dasein gespielt. Und das fand ich insofern ganz cool, weil es eben so ganz anders ist als die Herangehensweise der ersten vier Teile. Zwar ist es da am Anfang auch so ein bisschen mit Underdog, aber das ging alles eben in Richtung so, ha, der strahlende Held zu werden. Und er ist jetzt eher so in Richtung, naja, fast so ein bisschen Geheimagent, eigentlich nur in eigener Sache, weil er weiß nicht wirklich was mit sich anzufangen, weil er sich irgendwie überall, also er hat Angst, sich irgendwo sehen zu lassen, weil er eben als einer von den Bösen gilt. Und schlittert dann letztendlich allerdings in eine ganz schön perfide Thematik rein, die sicherlich ganz gut für ein, zwei, drei Bücher noch sein könnte. Und insofern habe ich die Hoffnung, dass es da jetzt auch weitergeht, weil, ja, ich freue mich darauf eben, diese Welt da auch noch ein bisschen weiter und vielleicht auch den einen oder anderen Charakter aus den anderen Büchern dann auch nochmal wiederzuhören, zu sehen oder so. Ja, also hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Sehr schön. Willst du jetzt nochmal sagen, für Menschen wie mich, die nicht mitgekriegt haben, wie das Buch jetzt heißt, also von Christopher Paolini und der Titel? Genau, Murtag, also auf Deutsch gesagt. Ah, Murtag, eine dunkle Bedrohung. Also so ein kleines bisschen wie Star Wars, Phantom Menace, naja, wie auch immer. Ja, da geht so ein bisschen was in Allergesia. Ja, Allergesia. Und da kommen auch wieder Drachen vor, oder? Richtig, da kommen Drachen vor. Ich habe ja so eine Drachensperre, also das muss ich ja sagen, das ist ja wirklich, also mit Drachen, also weiß ich auch nicht, also Drachen, also wenn irgendwo, also wenn ich einen Drachen irgendwo sehe, also den einzigen Drachen, den ich wirklich mochte, ist ja Grisou. Okay. Das Drachen auf Grisou-Niveau, fein, alle anderen Drachen, weiß ich auch nicht, also keiner, ich weiß auch nicht, ob ich da mal irgendwie so ein Drachentrauma hatte, aber, ja gut, also ist ja auch egal. Ich muss ja, man muss ja nicht immer alles mögen. Nee, nee, absolut nicht. Also ich kann mit Drachen grundsätzlich immer gerne was anfangen und ich finde auch diese Variante diesmal auch interessant, weil also auch der Drache, also der im Prinzip der Gefährte von Murtag ist, hat auch so sein Päckchen zu tragen und das finde ich ganz cool. Ich meine, Drachen sind zwar in dieser Welt mehr oder weniger, ja, so die Endgegner sozusagen, also mehr gibt's nicht, ja, die haben ohne Ende Magie und Kraft und können natürlich alles Mögliche zu Staub zermahlen oder wie auch immer mit ihren Flammen verbrennen oder so. Aber, also diese, diese Gefangenschaft und Knechtschaft, in der Murtag eben und dieser Drache Dorn gehalten wurden, die sind auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen und das finde ich insofern einen cleveren Schachzug von dem Paolini, dass er zwei so, 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 ich will nicht sagen gebrochen, aber durchaus angeknackste Helden da jetzt mal mit, ja, beleuchtet oder so. Ja, sehr schön, also wunderbar, steht in den Shownotes, wenn ihr das lesen oder hören wollt, könnt ihr das dann tun. Klingt jedenfalls für Freunde der, der epischen Fantasy, ähm, episch. Ja? Wow. Das war cool von dir gesagt. Sorry, dass sich meine Begeisterung so in überschaubaren Grenzen hält. Ich sag's dir, ich würde ja so gerne, gerne, gerne würde ich jetzt was erzählen und, aber ich kann es nicht on the record tun. Nein, mach es nicht, mach es nicht. Nein, ich mach's nicht, weil das würde uns irgendwie in eine Verpflichtung reinbringen. Du fängst jetzt aber schon wieder an, Dinge zu sagen. Da wird doch jetzt nur noch nachgefragt, oder? Ja, macht nichts, aber, ähm, also es bleibt dabei, ich hab übrigens jetzt ein hübsches Cover gemacht für, finde ich, für die, für die Episode. Wenn ich von Mota geschwafelt habe, hattest du freie Spitzen. Sehr schön. Deswegen, deswegen, deswegen hab ich, äh, hab ich den Titel auch nicht mitgekriegt, deswegen musste ich noch mal nachfragen. Okay, super. Sorry. Ja, aber, ähm, ja, also, jetzt, müssen wir jetzt noch länger reden, oder sind wir jetzt durch für heute? Nein, wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde, ähm, und, das ist doch auch mal was, oder? Also, in, in diesem Sinne würde ich jetzt sagen. Oh, wer seufzt denn da? Ich. Du. Singst du auch? Wir sind mal, nein, diesmal singe ich nicht. Hm. Vielleicht ein andermal. Vielleicht. Könnte passieren. Ihr Lieben, ähm, kommt gut ins neue Jahr, oder wir hoffen, ihr seid schon gut, ähm, angekommen. Seid gut ins neue Jahr gekommen. Macht weiter damit. Unbedingt. Und nächste Folge wird wahrscheinlich wieder, äh, 60 plus werden. Also, äh, nicht vom Altersdurchschnitt, aber von der, von der Minutenanzahl. Könnte passieren. Bis dann. Tschüss. 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 Vid.